So, heute steht man um eine Wanderung an und zwar der Rakaia George Walkway, die 9,1 Kilometer Streck, sind jetzt 80 Kilometer von Price Church weg ins Landesinnere und ja, wir sind ja da Berge ein bisschen näher, wir haben gerade schon gesehen, dass es ein übel geiler blauer Fluss gibt und ja, Martin Ahr am Start und noch ein anderer Martin und Edna, die zeige ich dann auch gleich, eventuell Edna, Martin, Michael, die zwei Mattins, Mattins vom Bau Alter, das Wasser, das Wasser ist so blau Gut, dass Badehose an ist Alter, ich glaube, ich habe noch nie so blaues Wasser gesehen Uuhh, und es hörtet auf nachher, ich bin Da muss ich nach oben gehen Oh Den habe ich nicht kurz gesehen Ups Also bei Flutwolle springt die Zunge rein, das reißt du nicht mehr ab Ja, das wird immer Und noch habe ich keinen gesehen, dass die Zunge abgebissen hat Das ist schön Das ist schön Gönn dir Das war knapp Entweder Filme oder gehen Oh Mann Batsch Überall Batsch Ja Das ist der Wasserfall Oh Mann Oh Mann Oh Mann Ja Irgendwas sagt mir, das lohnt sich Was für die Kamera Lass dich fallen Einmal Arschbaum Schade 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 Und das lohnt sich Eine Stunde Auto fahren Vier Stunden bei Zwingender Hitze wandern Und es lohnt sich so was von Und gleich geht's Hoppenstein, los, wir sind auf Schäfer, an der man gut schwimmen kann. So, jetzt auf vier Kilometer, anderthalb Stunden wieder zurück zum Carpark und unterwegs noch ins Wasser. Da sehen wir uns dann. Endlich näheren wir uns im Wasser. Endlich! Mein Füß knühen! Und ich hab die perfekte Stelle gefunden zum Platschen. Nex! Drei Mal, Alter, heiß war's! Oh, Alter! Alter! Oh, mein Schlappe geht die ganze kaputt! Und sogar Sandstrand. Herrlich! Das ist echt geil! Arschkaltes Wasser! Arschkalt, aber geil! Und jetzt wird da hinten der Schwung gemacht. Fertig ist? Dann bist du hier, wenn's läuft. Ja. Dann bist du fertig. Das war echt geil. Aber der Weg da hoch ist ganz ohne, Alter. Fisch, Fischkletterei. Und jetzt hab ich heute eine Kletterausrüstung dabei. Scheiße! Und Madden ist dran! So! Ich mach noch ein Video von oben. Dass mir hier in der Musik geflaues Wasser ist. Ach! Ich soll näher rangehen! Okay! Okay! Yo! Juh! Das war's! Jetzt gibt's wieder 80 Kilometer zurück. Zu unserem Campingplatz. Und dann gibt's was Gutes zu essen. Ja! Das gute Essen wurde verpasst, weil ich zu viel Hunger hab. Aber jetzt in der Wind nach Sonneuntergang. Und uns beim Campen. Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Ich gehörst euch! Und schießt euch! Ich glaub! Ich hab dich nicht kennengeleriert! Ich hab dich nicht. No. Es war's! Ich hab mit euch! Und da war's! Ich hab mit euch, Untertitelung des ZDF, 2020